Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Die Botschaft der Engel am 31. Januar 2019. Ich habe auch eine wichtige Botschaft für euch. Ich werde diese Legung nach wie vor veröffentlichen, aber in meinem anderen Kanal und das heißt bei Dendera Susanna Medici. Worauf sollen wir heute achten? Hier sind die Kontakte, Freundschaften, Bekanntschaften, familiäre Kontakte und im Vordergrund steht die Liebe Partnerschaft. Und das zeigt auch hier Waage und Venus Symbol und die Zwilling und Merkur Symbol zeigt, wie wichtig das ist, diese Kontakte, Gespräche führen. Es gibt auch Neuigkeiten und das zeigt hier dieses Bild. Unsere Einstellung ändert sich. Wie ändern wir? Wir schlüpfen von diesem Ei und das könnte bedeuten mit anderen Worten, wir haben wie eine Art neue Identität oder eine neue Zuhause. Natürlich ist auch möglich ein Umzug. Hier erscheint Krebs- und Mondsymbol. Das kann bedeuten eine Geburt von einem Kind oder Enkelkind. Das trifft uns alle aber nicht, sondern das würde bedeuten eine Art Veränderung, weil unser Aussehen ändert sich, unsere Einstellung ändert sich, und unser Reimlich.